So, und damit willkommen in der neuen Session von, äh, Left 4 Dead. Malft hat schon angefangen zu reden. Was gibt's denn? Nö, die hat mir noch nicht aufgenommen. Sag ich dir. Hier, von, bis da, von. Die Blumentöpfe sind sehr stabil, will ich mal anmerken. Kann man sie nicht zerschießen? Guck mal, da vorzunehmen Blumentöpfen. Nein. Sie haben wahrscheinlich einen Blumen. Ich will durch die Tür. Oh, einen Moment. Ich muss noch mal kurz, äh. Ich will doch nicht durch die Tür. Mal lesen. Äh, hm, hm. Ich müsste jetzt mit den Pedalen spielen, oder was? Ja, genau das, ich mal, vielleicht reicht es schon. Äh, ich hab festgestellt, dass ich, äh, mit meinen Pedalen, meines Lenkrads, äh, das Spiel hier steilen kann. Aber es, nee, es, es gibt, äh, ganz dezente Mikro-Oppler stellenweise. Oh. Das war jetzt das Falsche. Probieren wir's mal so. Äh, nein, die Scheibe da hinten ist nicht kaputt, weil ich aus der Sitz drauf geschossen hab. Du hast aus Versehen auf ne Scheibe geschossen? Ah, die arme Scheibe, ey. Nein, hab ich nicht gemacht. Ich hab doch gesagt, dass ich das nicht gemacht hab. Oh, hier sind die Zombies. Oh, der ist schon tot. Er hat auf mich geschossen. Geh mir mal vor, also, äh, also ich kenn's hier noch nicht, ich weiß nicht, kennst du das hier? Ich glaub, das kennst du auch schon, du erinnerst dich nie dran. Pass auf, wo du hinziehst. Die Scheiben sind von alleine kaputt gegangen. Ich mein, krass, was die hier haben. Schlimm. Was für, was für krass willst du denn? Vielleicht kann ich dir helfen. Guma. Oh, dieses Mikro-Rockeler hier ist noch nicht so schön. Mikro-Rockeler sind nie schön. Aber an meinem Rechner, also an den Trafikeinstellungen scheint's nicht zu liegen. Weil die hab ich eben schon ein ganzes Stück runtergedreht, aber ein bisschen immer da. Also, das ist einfach nett. An der Grafikinstellung gibt's glaub ich nicht. Hm. Hey, er hat hier den Kopf weggeschossen. Oh. Okay, gehen wir jetzt einfach mal weiter. Leid nach! Du musst dich da runterspringen, ne? Ach, wieso? Mach ich gerne. Weil ich dich dann wieder hochziehen muss. Ich leid nach! Leid nach! Aber wir gäbe es schon eine neue Rohrbombe, die niemand braucht. Hey! Ich will duschen. Ich auch. Hey! Geh ich halt auf Toilette. Ruhe da drüben! Immer diese Nachbarn! Waschen wir mal die Hände. Kaputt. Oh! Das husten die ja alle so, verstehe ich gar nicht. Die haben wieder neben dem Klo geraucht. Das sag ich dir. Das ist gefährlich. Das hat man denen jedes Mal. Und dann drauf. Dann husten sie immer wieder alles voll. Der Fernseher ist kaputt. Der Fernseher ist kaputt? Ja, gerade eben ging er noch. Oh, woran das so liegen können? Ich hab auch keine Ahnung. Das hat mich je schon erfragen. Hinter wem? Help! Mieb Food! Mieben wir denn Food? Oh! Oh! M roh, bist du ein paar Minüsse? Oh! Pfuu! atu! Ja ja.. Ein Hunter ist hier irgendwo und hier ist irgendwo ein Weg. Und wir sehen keines von beiden. Ja, das ist äh immer gut. Ich glaube ich hab den Weg. Oh. Äh ich äh komm gleich. Hi. 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 Der Stuhl hat überlebt. Nein. Du hast ja dich zerstört. Aber an den Stuhl komm ich nicht rein. Ah doch. Meine Mäcknung. Äh meine Mäck. Stirb. Wow. Wo denn? Gibt's Laser Visiere? Achso. Ihr habt ja schon alle. Nö ich dich. Hier in diesem kleinen Nebenraum. Wo Luis ist genau da. Der meint das Bart. Achso das ist ein Bart. Genau. In einem anderen Eck war ein Nebenraum. Ich nehm Tabletten. Ah die haben schon wieder geraucht hier. Siehst du wie benebelt das ist? Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Ich lade nach. Hier gibt's Waffen. War ich nicht. Lade nach. 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 Die haben einen Film von einem Fenster kaputt gemacht. Und das ist zersprungen wie ein Fenster. Ein Fenster ist zer- sprung wie ein Fenster. Ähnlich. Nein ein Bild von einem Fenster. Und es ist zer- sprung wie ein Fenster. Ich glaube. geht hier weiter aber durch das rechte fenster ich gehe durchs linke nein das war ein fenster ich bin heute so durch einfach war nicht an dich gerichtet dass sie auch immer stöhnen muss wegen einem Mist kommt mal her Moment ich meine wir haben hier nicht wir brauchen 5 MediPicks weniger mindestens hier springen da im Eck achso so jetzt wollen wir die Tür zu und du bist eingesperrt die Tür wir bauen einfach eine schnell ich sehe ihn ich sehe ihn ich sehe ihn was macht der da vorne das ist eine gute Frage was macht der da das Auto macht mir gerade richtig Angst schieß mal gegen blinkt das rot soll ich mal ich hab's getan du hast es getan allgemeine Abwärme super wow ich hab eigentlich richtig wenig abgeschossen halt die Kappe ja wobei hier haben wir gleich viel es gibt nur zwei Statistiken achso okay dann äh sehen wir uns in der nächsten Folge wieder würde ich sagen ne ach wieder diese geilen Cuts ja kann man ja mal probieren wir uns kannst du verabschieden tschüss tschüss